Es sind Täuscher und Trickser. Ich sage euch eins, die Takiyah ist das erlaubte Lügen zur Verbreitung des Islams. Ihr habt das perfektioniert, ganz ehrlich. Wir haben keine Lust mehr, uns diese Lügen anzuhören. Es gibt nur noch eine, hier, Surah 9, Vers 5, das ist dieser klassische Schwertvers. Sind die heiligen Monate verglossen, so tötet die Gottsendiener, wo ihr sie findet, packt sie. Was? 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 Die Tabletten hat er in der Tat genommen. Terrorist und Sachverschädigung, das Mikrofonkabel ist kaputt. Anzeige wegen Sachverschädigung und körperlicher Handel. Die Antideutschen! Genau wie in sowas haben wir das gemacht. Sollte man die Angst sein. Dann seid ihr voll, wenn es keinen Rest gibt. Dann seid ihr voll, wenn es keinen Rest gibt. Ihr seid die Nazis!